Musik Seid willkommen liebe Leute La Cocara, Cha, La Cocara, Cha Unsere Gäste seid ihr wohl Jetzt hast du die Gäste hier sehr herzlich begrüßt Schau, eine Freude hier in diesem alten Haus zu sein, nicht wahr? Ja, also ein echtes Freudenhaus Nein, schauen wir in die Runde blickt Erinnert das dich nicht direkt an einen Rosengarten? An einen Rosengarten? Ja, ganz schön viel Objekrat hier Nein, sind die Leute? Okay, also bitte ist ja so ausgezeichnet Wunderbar, nicht leid Es tut dir leid Nein, es tut Es tut dir leid Die Leute fragen sich immer, wie es müh Es tut dir leid Es tut dir leid Es tut dir leid Ja, also Es tut dir sehr leid Wunderbar Dass ihr so viele Vogelscheuchen seht Hey Eins, zwei, drei, vier Die Leute Also, ich sage es, wie es müh Es tut dir leid 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 Na 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 Und der Applaus, der einsetzt. Ganz alleine für Hoppe. If I can't ever fall in my heart with you. Like a river falls, surely the sea. Darling, so it goes. Then think I'm meant to be. Oh, take my hand. Take my whole life with you. If I can't ever fall in my heart with you. Gell? Gar nicht so schlecht, schön, dass ich hier sind. Ja, das kann man sagen. Du, ich kann dich nicht hören. Eine Illusion braucht abliefte zu hören. Und ich kann dich nicht sehen. Eine Illusion braucht auch keine Augen. But I can't help you. Und ich kann dich nicht hören. Und ich kann dich nicht hören. Hallo. Hallo. Na ja, das ist für die Gäste. Kann ich auch. Nein, wir sind ja mit in der Show. Jetzt? Nein, ich hab nur keine Banane hier. Ich weiß auch, ich zieh bis drei. Okay. Eins, zwei und drei. Du, Kahuna, du! Also gut, lass das schwimmen. Was tun denn die da? Nein, das ist dein Duplicum. Die sollen nach Hause gehen. Nein! Wir sind froh, wenn sie hier sind. Ihr sollt nach... Okay. Du unterhältst die Leute und ich geh jetzt. Wo gehst du denn hin? Weiß ich nicht. Bin ich noch nicht dort. Schau. Ich geh zurück. Wohin gehst du denn? Ins Reich der Fantasie. Ins Reich der Fantasie? Du kannst mich doch nicht in den Stich lassen. Ich weiß, heute zählen nur noch die Sensationen. und nicht die Illusionen. Ja. Siehst du? Du bist nur ein erdachter Affe, ein virtueller Schimpanse. Also. Ich geh. Ja. Wo muss das wirklich sein? Ja. Leute. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Ich? Ja. Ich kann... Bauchreden. Was? Du kannst Bauchreden? Das habe ich ja bisher nur im Fernsehen gesehen. Kannst du uns das heute hier zeigen im Salzstadl? Ja gerne. Also gut. Also geht's dann. Brauchst du deine Bauchrednerfigur? Wo nimmst du deine Bauchrednerfigur her? Weiß ich nicht. Weißt du was? Nimm doch den Schuh. Den Hausschuh? Ja. Das ist eine gute Idee. Ich bin ja schon so gespannt wie das funktioniert mit dem Bauchredner. Kannst du uns das erklären? Na schau her. Also gut. Das schaut aus als in der Hausschuh reden würde. Aha. In Wirklichkeit rede ich. Achso. Also gut geht's schon. Hallo. 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 Ladies and Gentlemen. I'm glad to see you here. Hearst? Was ist denn? Der redet ja Englisch. Na und? Ich kann ja gar nicht Englisch. Ich krieg ja hier seine Gehangst. Leg ihn schnell wieder weg. Weißt du was? Wir können jetzt ein Liedchen singen. Das hier. Ich? Ich? Ja, weil denn sonst? Du? Nein, du. Geht schon. So ein Tag. So wunderschön wie heute. Du kommst dran. Ja. So ein Tag. Der dürfte nie vergehen. Schau mal in die Sterne. Die am Himmel stehen. Ach, ich blieb so gerne. Äh. Sie sind dran. So ein Tag. So ein Tag. Leider. Dass ich gehe rein. So ein Tag. Auf den ich mich so freute. So ein Tag. Das ist der Tag. Das ist der Tag. Das ist der Tag. Das ist der Tag. Wo? 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 Sepp, bist du auch fertig? Ja. Gut, dann kann es losgehen. Ist dir etwas eingefallen? Ich meine, was wir jetzt machen könnten zum Schluss? Ich meine, was wir für eine Darbietung bringen könnten? Nein. Überhaupt keine Vorstellung? Nein. Dann müssen wir wiederum die Herren ein bisschen einspringen. Sepp, hast du eine Idee? Ja. Gut, dann kannst du die Kussprobe hören. Okay. Gut, ja. Also, kriegst du die Kuss geholt? Ja. Ja, 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 ja. Applaus für die Senioreinlage. Kami, hat dir das gefallen? Käse. Oh, war nichts. Sepp, hast du noch etwas anderes auf Lager? Ja. Gut, und was wäre das? Ein Liedchen singen. Ein Liedchen singen? Aber wollen wir ein Liedchen singen? Nein. Wieso denn nicht? Ich kann ja gar nicht singen. Aber wir können es doch besuchen. Okay. Weißt du, welches Liedchen wir jetzt singen? Ja. Was wäre das? Bründerchen kommt das nicht. Ja, Bründerchen kommt das nicht. Ja, Bründerchen kommt das nicht. Einverstanden damit? Okay. Gut. Ich würde sagen, Herr Öffig, ich setze selbst ein zweit. Beides seid ihr soweit. Okay. Ob du? Ja. Gut, ja. Macht ihr jetzt los? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und herunter ist nicht er. Nein, 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 nein. Vielen Dank.